Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Wir haben nun ein Unbekämpfungs- und Kaufbekämpfungsmittel im Fahrzeug gekauft. Eine Giftspritze sei mal so. Da ja der andere Fahrzeug nicht auf Pflegebereich umrüsten ist. Ich bin kurz an der Schloss, um alles Fahrzeug zu kaufen. Um nicht anders fahren zu müssen. Jetzt fahren wir gleich zum Feld. Da haben wir drei Wälder zu stehen. Die nehmen wir gleich auf. Und wenn der es ordentlich hinkriegt, dann verkaufen wir den anderen Fahrzeug. Dann können wir direkt die Schuhe zurückzahlen. Hier was geteilt. Ein bisschen Beile. Wollen wir was schaffen, ne? Wie ist denn dort? Ja, leider geht. Kann ich alles kaufen. Ja. Jedenfalls... Unser Schauch wächst. Erbst und Soja. Wie ihr seht... Unten ist eine neue Information. Kurs-Break. Dass kein Kurs geladen ist, ist neu. Kurs generieren muss man auch ganz vorne machen. Wo man den Fahrer einstellt. Ist auch neu. Gewöhnungsbedürftig. Ich habe schön gesucht. Aber man ein paar Mal gemacht hat irgendwann. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Zählen. So, so geht er auch. Der war ein starker Faktor holen und den Hänger holen. Hängt aber dran, ne? Wie gesagt eine andere Sehmaschine auf jeden Fall, da ist ja mit anderen, ist ja so glücklich mit den Träckern, als hätten wir uns ja dann gefeuert, ne, im Kursklärer hat er Garantikschwürdigkeit. So, jetzt werden wir gleich die Tanks einziehen. Neuer Versuch. Das war ja nicht viel. Kurs Plan. Also System muss ich mir noch machen hier. Aktuell. Also im Kurs Play. Also System einwandern. Jetzt vielleicht kommen die Likose. Die müssen eigentlich passen. So. Amazone wollte man. Entweder als Amazone ist, als Mod. Oder als. Oder als. Ja. So. 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 das dürfte nun passen oder anfang ist gemacht 32 also der fahrzeug aufgrund der größe ein bisschen länger ist aber okay durch zeit jetzt können wir uns stroh kümmern und dann werden wir uns die anderen fahrzeuge kümmern ein kurs geladen daran arbeitet das können wir auch nehmen als test morgen also morgen im gegner entschuldigung wer es noch nicht weiß ich mache auch eine serie auf noch für sie im arsch bei interesse kann auch mal gerne reingeschaut werden da ist dann nur der spielfortschritt etwas größer da ist schon länger bei mir ablegen beziehungsweise hinstellen und jetzt machen wir jetzt so dass wir das morgen testen ja vorne mal hoch x das ist die kurs 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 präsentation 177 da ist er da ist er mein Freund gut bei Wundmacht hat er die Ecken nicht mit aber das macht nichts so nochmals kurz zur Motion die Kante ist heftig wenn man irgendwann mal eine neue Version machen könnte wenn das geplant ist kleiner Fehler aber so weiter ist nichts weiter was ich wüsste gut die BGH das Jelo oder Bucket auch aber das Problem kommt von anders aus so meines Wissens ich muss nicht an der BGH liegen oder an der Karte das Jelo da klappt ich werde vorläufig auf die Silo vollfahren verzichten wie sie lohnt sich nicht dann müsste man eine ja meines Wissens machen kräftig aber das habe ich aktuell nicht vor ich möchte hier um einen Schwerpunkt auf nach geht man nicht um auf Schwerpunkt auf Hackerbau später ein bisschen Viehzucht da fangen die Schafe Rinder habe ich auch noch immer für den Marsch angefangen möchte ich hier dann nicht machen dann möchte ich hier auf Schafe gehen die Verkaufstelle ist hier im Ort für Schafrolle von daher ist das nahanliegend aber mal sehen war nicht so weit ich stelle noch eine Garage am besten noch eine Wasche vorher nach vorne rein passt eh hat er angestohlen gut das ist jetzt die Amazone die wir verkaufen hat er keinen Zweck es kann sein dass er mit Lenkung nicht klar kommt oder irgendwas was was genau ob es noch an den Fahrzeug liegt oder an Cosplay das weiß ich nicht ist ja auch nebensehlich da haben wir verkauft dann schauen wir hier gleich nach dem Geld nicht ganz rein aber wenn die BGH doch reicht wenn die BGH dann fliegen fällt fliegen fällt ist auch nicht schlecht so das ist unsere Kalker das ist jetzt Gras Grasbalkenpresse mit Ballenwickler schau mal hier wie die BGH funktioniert und wie das gut hinkommt dann gehen wir mal auf Bodenbeschaffenheit ja mein gut die Ecken dann muss ich das nächste Mal einen anderen Kurs nehmen mit weich oder so naja gut ok jetzt nach 5 Kilo dann mal links her geht das dann mal links her jetzt haben wir auf das Kof so lange es hätte ich Die Schalze funktioniert. Okay. Der kann gleich nachher, bis sie wieder füllt, das gleiche gemacht werden können. Der kann gleich nachher, bis sie wieder füllt, bis sie wieder füllt. fängig 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 Regen 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 Ja schön So wollen wir von der Abstand, das soll's für heute gewesen sein Ich hoffe hat euch gefallen Ich würde mich freuen über ein Like Ansonsten hören und sehen wir uns zur nächsten Folge Tschaui